Hallo, mein Name ist Elena und ich komme aus Seattle. Bitte liked und abonniert. Ich wurde von einer leidenerziehenden Mutter geboren, die von einem Ort zum anderen reiste, um Leute auf der Straße zu unterhalten. Nachdem ich geboren wurde, war ich Teil der Bande. Sie wickelte sich in Bandagen und zog mir schäbige Kleider an und dann zogen wir los und führten vor den Leuten kleine Nummern auf. Ich fühlte mich komisch dabei, aber das Strahlen in Mamas Gesicht zu sehen, nachdem sie das Geld von den Leuten bekommen hatte, machte mich glücklich. Oh Schatz, seitdem du in mein Leben getreten bist, bin ich reich. Du hast mir so viel Glück gebracht. Mama liebte mich und nahm mich oft mit in Parks und zu Picknicks, wo wir dann auch die Auftritte hatten. Unser Leben war perfekt, aber es gab ein kleines Problem. Ich konnte nicht sprechen. Egal, wie sehr ich mich anstrengte, ich brachte nichts raus. Schatz, das wird schon wieder. Denn wir lieben dich so, wie du bist, ja? Aber als ich sieben war, entdeckte ich was Schockierendes. Wie immer bat mich meine Mutter, eines Abends vor einem herannahenden Fahrrad in Ohnmacht zu fallen, aber überraschenderweise drehte der Mann durch. Geht mir mit dem Kind aus dem Weg, ihr Idioten! Oh mein Gott, was haben sie mit meiner Tochter gemacht? Ich kenne Leute wie sie. Sie sind Schwindler. Ihr raubt unschuldige Menschen aus, aber ich falle nicht darauf hinein. Plötzlich versammelte sich eine Menschenmenge um sie herum und Mama brach in Tränen aus. Ich hab sie umarmt. Sieh nur, es geht dir total gut. Hä? Willst du etwa, dass meine stumme Tochter jetzt stirbt, du Idiot? Aber der Kampf wurde nur noch schlimmer und in all dem Chaos stieß irgendwie eigentlich ein lauten Schrei aus. Stopp! Alle drehten sich zu mir um. Das ist ein Betrüger! Das Mädchen ist nicht stumm! Fangt sie! Mama packte mich und wir rannten los. Aber als wir unseren Wagen erreichten, schaute sie mich misstrauisch an. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du sprechen kannst? Ich bin derjenige, der die Leute austrickst, aber du hast mich ausgetrickst? Was hat sie getan? Ich hatte so viele Fragen, aber ich konnte wieder nicht sprechen. Später brachte sie mich zu einem Arzt und wir fanden heraus, dass ich nur ein Nachzügler war und mit etwas Übung konnte ich sprechen. Aber meine Freude war unvollständig, denn jetzt kannte ich die Realität. Meine Mutter war eine Betrügerin, die die Leute zum Narren hielt und Geld abnahm. Komm schon, wir müssen los, wir kommen zu spät und diesmal darfst du nicht schreien. Verstanden? Nein, und ich gehe nirgendwo hin. Was? Warum? Du Lügnerin, Böse. Wie kannst du das sagen, Schatz? Ich hatte keine Mittel, dich großzuziehen. Deshalb bin ich in das Geschäft eingestiegen. Und jetzt sagst du, ich sei schlecht? Weißt du, wenn ich damit aufhöre, musst du auch so viele Dinge verzichten. Deine Lieblingsspeisen und Reisen. Nun, vielleicht hatte sie wirklich keine andere Wahl, aber ich wusste, dass es falsch war und ich weigerte mich, das mitzumachen. Ich sagte ihr, sie soll mit den Dummheiten aufhören und mich in eine Schule bringen, sonst gehe ich zur Polizei. Also zogen wir nach Seattle und dort meldete mich meine Mutter in einer öffentlichen Schule an. Ich fand viele Freunde und war dort am glücklichsten. Aber dann in der siebten Klasse nahm es in eine wilde Wendung. Eine Frau namens Mrs. Miller klopfte an die Tür und behauptete, dass sie meine Mutter sei. Das ist doch Unsinn, sie ist meine Tochter. Die Frau erzählte uns, dass sie vor einigen Jahren herausgefunden hatte, dass ich bei der Geburt vertauscht worden war und dass sie seitdem nach mir gesucht hat. Das glaube ich ihnen nicht. Sie sehen aus wie eine Betrügerin. Und glauben Sie mir, ich kann das riechen. Mom, ich weiß, es ist schwer mir zu vertrauen, aber ich bin sicher, dass sie meine Tochter ist. Elena, bitte gib mir eine Chance, es zu beweisen. Aber Mom schubste sie raus und ich fühlte mich unwohl. Was, wenn sie die Wahrheit sagte? Und dann, ein paar Tage später, geschah das Undenkbare. Die Polizei kam zu uns und verhaftete Mom. Warten Sie, was machen Sie da? Meine Mom ist unschuldig. Aber die Polizisten zeigten mir die Aufnahmen der Überwachungskameras und es stellte sich heraus, dass meine Mutter diesmal eine Bank ausgeraubt hatte. Sie musste ins Gefängnis und ich wurde in eine Pflegefamilie gesteckt. Das war schlimmer als ein Gefängnis und ich war bereit, wegzulaufen. Aber dann kam Frau Miller. Oh, Elena, ich habe alles, was passiert ist, in den Nachrichten gesehen und ich wollte dich nicht alleine lassen. Meine eigene Mutter hatte mich belogen. Ich würde jetzt nicht irgendeiner Fremden vertrauen. Ich weiß, dass du mir nicht trauen kannst, aber ich will nicht, dass du an so einem Ort lebst. Jemand könnte sich kümmern. Ich werde dir Beweise besorgen, die du brauchst. Frau Miller blieb hartnäckig und so willigte ich ein, einen DNA-Test zu machen. Und genau wie sie gesagt hatte, die Ergebnisse stimmten überein. Sie war meine Mutter. Ich war geschockt von dieser Enthüllung. Und bei ihr einzuziehen, erschien mir so viel besser, als an diesem dreckigen Ort zu verrotten, also stimmte ich zu. Und sie brachte mich in ein palastartiges Haus. Meine leibliche Mutter war reich. Das wird jetzt dein Zuhause sein, Süße. Aber du musst mir was versprechen. Das Mädchen, das mit dir vertauscht wurde. Stella. Ich habe ihr noch nichts von all dem erzählt. Ich habe sie geliebt wie mein eigenes Kind und ich möchte mehr Zeit haben, mit ihr drüber zu reden, okay? Ich versprach nichts zu sagen. Als wir hineintraten, rempelte mich ein süßer kleiner Junge an und wir fielen beide auf den Boden. Autsch, das tat weh. Hey, bist du okay? Ich half ihm auf und Mrs. Miller erzählte mir, dass er mein jüngerer Bruder Jeremy war und wir sahen uns so ähnlich. Aber er schien sehr schüchtern zu sein und lief weg. Später beim Abendessen stellte mich Frau Miller Stella vor. Ein entfernte Verwandter? Wieso habe ich nie von ihr gehört, Mom? Weil sie sehr weit weg wohnte, Schatz. Aber jetzt wird Elena eine Weile bei uns bleiben und ich möchte, dass du gut zu ihr bist, okay? Keine Sorge, ich werde mich gut um sie kümmern. Wir werden die besten Freunde sein. Stella schien ein sehr nettes Mädchen zu sein. Sie zeigte mir das Haus und ließ mich sogar ein paar ihrer schönen Kleider ausleihen. Heute Abend übernachte ich bei meinen Freundinnen. Wir werden so viel Spaß haben und tatsächlich ein Riesenspaß. Alle liebten mich und machten mir Komplimente. Deine Cousine ist unglaublich, Stella. Du solltest sie zu all unseren Übernachtungen einladen. Und ich schätze, wir werden dich nicht einmal vermissen, weil sie viel mehr Spaß macht. Donnerwetter, diese Mädchen waren lustig. Sie haben mir ein paar Fragen über meine Familie gestellt und ich habe ihnen ein paar Lügen aufgetischt. Aber Stella sah verärgert aus. Die nächsten paar Tage waren toll. Frau Miller ging mit mir einkaufen und wir hatten so viel Spaß dabei, uns kennenzulernen. Sie nahm mich sogar mit an den Arbeitsplatz und ich war stolz darauf, dass sie eine spitzen Anwältin in der Kanzlei war. Ich wollte genauso werden wie sie. Aber in dieser Nacht, als ich schon schlief, hörte ich seltsame Geräusche in meinem Zimmer und sah, wie jemand meine Sachen durchwürte. Es war Stella. Was machst du hier? Oh, ich wollte nur nach dir sehen. Geh schlafen. Mit diesen Worten eilte sie aus dem Zimmer, aber ich fühlte mich unwohl und konnte nicht mehr schlafen. Also ging ich nach unten in die Küche, um Wasser zu holen. Dort fand ich Jeremy, der sich hinter der Theke mit Eis und Keksen vollstopfte. Hab dich erwischt? Nein, bitte sag es niemandem, dass ich hier bin. Ich schwöre, ich habe nichts gegessen. Hey, ist schon gut. Ich sage es niemandem. Entspann dich. Nachdem er sich beruhigt hatte, fragte ich ihn, was los ist. Ich, ich fange an zu essen, wenn ich irgendwie nervös bin. Warum bist du nervös, Jeremy? Ich falle immer in allen Fächern durch und alle meine Freunde machen sich darüber lustig. Idioten. Ich helfe dir. Wirklich? Ja, und dann können wir diesen fiesen Kindern eine Lektion erteilen, damit sie nicht mehr auf dir rumhacken. Du bist toll, Schwesterherz. Mit diesen Worten umarmte er mich fest und von da an verbrachte ich meine Abende damit, Jeremy in seinem Zimmer zu unterrichten. Mit der Zeit entdeckte ich, dass wir viele Gemeinsamkeiten hatten. Ich bin so froh, dass ihr euch gut versteht, Elena. Ja, ich habe ihm beim Lernen geholfen, aber ich glaube, er ist zu erschöpft für den Tag. Ich gehe jetzt. Ich wollte den Raum verlassen, aber in dem Moment nahm Mrs. Miller sanft meine Hand. Es ist gut, dass ich nie aufgegeben habe, dich zu suchen. Danke, meine Tochter. Ich bin auch froh, Mom. Als ich Mom sagte, leuchteten ihre Augen und sie umarmte mich fest. Eine Woche später wurde ich eingeschult und alle Freunde von Stella waren so froh, mich dort zu sehen. Wer ist das hübsche Mädchen, Stella? Ach, keine Ahnung. Warum fragst du sie nicht einfach? Mit diesen Worten ignorierte sie mich und ging mit den Freundinnen weg. Aber es gefiel mir nicht, dass sie sich so verhielt. Später an diesem Abend ging ich zu ihr. Hey, was ist los? Warum verhältst du dich so? Tja, das liegt daran, dass ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Und du und Mom lügt mich an. Ach wirklich? Hast du deshalb meine Sachen einfach so durchgewühlt? Tu nicht so, Elena. Nichts von dem, was du sagst, passt zu dem, was du tust. Und so viele Tage sind vergangen und kein Familienmitglied ruft dich an. Was verheimlichst du? Ich wusste, dass sie es früher oder später herausfinden würde. Also, ich konnte es ihr aber nicht sagen. Ich ging. Bald darauf hatten wir Geburtstag und Mom beschloss, eine Riesenparty für uns beide zu schmeißen. Ich hatte ein tolles Geschenk für Stella. Hey, äh, du siehst hübsch aus. Ich hab was für dich. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Sie öffnete die Schachte und ihre Augen leuchteten. Ich hab was noch Besseres für dich. Das würde ich umhauen. Ich war mir nicht ganz sicher, was sie meinte. Bis auf der Party was Schreckliches passierte. Während sich alle Amüsierten betrat, Bella die Bühne und schnappte sich ein Mikro. Ahem, hallo zusammen. Wie ihr alle wisst, habe ich heute Geburtstag. Aber auch Elena hat heute Geburtstag. Ich hab eine Überraschung für sie. Aber vorher solltet ihr alle wissen, wer Elena ist. Während sie das sagte, öffnete sich der Bildschirm hinter der Diashow mit Bildern meiner Mutter und all den Nachrichten, dass sie eine Betrügerin und Räuberin ist. Oh oh, das ist Elenas Mutter und Elena ist eine Betrügerin, genau wie sie. Jetzt wisst ihr es. Stella, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Oh, das ist kein Unsinn, Mom. Das ist die Wahrheit. Und jetzt will ich wissen, warum du diese Straßenratte hier gekauft und vor mir versteckt hast. Du bist so ein furchtbarer Mensch, Stella. Oh, willst du weinen? Oh. Hör auf, tu ihr nicht weh. Sie ist nicht die Tochter, sondern du. Plötzlich herrschte eine Stille im Raum. Hast du den Verstand verloren, Jeremy? Wovon sprichst du? Hör auf, Elena, weh zu tun. Sie ist meine richtige Schwester. Nein, Jeremy, hör auf. Stella schaute Mom mit fragenden Augen an. Was, was sagt Jeremy Mom? Mom schwieg und Stellas Gesichtsausdruck veränderte sich und sie rannte in ihr Zimmer. Danach bat Mom, alle Gäste zu gehen. Jeremy, woher hast du es gewusst? Einmal habe ich gehört, wie du am Telefon erzählt hast, dass du nach deiner Tochter suchst, die ausgetauscht wurde. Und in der Nacht, als du in meinem Zimmer kamst, habe ich nicht geschlafen und gehört, dass Elena meine Schwester ist. Oh, Jeremy. Aber das hättest du nicht sagen sollen. Du hast geweint und Stella hat dir doch wehgetan. Ich ging sofort zu Stellas Zimmer, aber sie ließ niemanden herein. Sogar Mama hat versucht, mit ihr zu reden, aber sie ist jetzt ein paar Stunden lang nicht mehr rausgekommen. Da habe ich beschlossen, durchs Fenster einzubrechen. Aber als ich dort ankam, sah ich sie bewusstlos auf dem Boden. Wir brachten sie sofort ins Krankenhaus und der Arzt sagte, es ginge ihr gut. Sie wäre nur unwichtig geworden. Später in der Nacht kam sie zu sich. Was macht ihr hier? Geht weg von mir. Stella, beruhige dich. Ich weiß, es ist ein großer Schock für dich. Und ich kann verstehen, wie du dich fühlst, aber hör mir zu. Ich will nichts hören, Elena. Ich hasse dich. Wegen dir verliere ich meine ganze Familie und mein Zuhause. Du wirst nichts verlieren, okay? Mom hat dich so lange geliebt und dich wie ihre eigene Tochter aufgezogen. Wie kannst du nur so denken, dass sie dich ersetzen würde? Elena hat recht, Stella. Du bist meine Tochter und meine Familie und wirst immer bei uns bleiben. Aber Elena ist doch jetzt deine Tochter. Ist das nicht der Grund, warum du sie hierher gebracht hast? Sie ist meine Tochter, aber du bist es auch. Ich liebe euch beide gleich. Ja, ich liebe euch auch gleich. Es tut mir leid, was ich getan habe. Also versprichst du mir, dass du mich nie loslassen wirst und ich dir immer wichtig sein werde? Ich verspreche es, mein Schatz. Plötzlich umarmten sie sich und ich schloss mich an. Leute, ich bin auch noch hier. Na komm, worauf wartest du schon? Ich bin zu dir, wie ich mich noch nicht mehr will. Ich bin auch noch hier. Ich bin aber auch hier. Ich bin auch in der Vergangenheit. Ich bin noch hier die Idee. Ich bin auch hier, wie du siehst. Ich bin ja auch hier.